hey internet und youtube zurück bei voller drei wir marschieren einfach weiter ich weiß ich könnte die schnellreise benutzen aber was dann aber sehe ich was und das wäre nicht gut und gott sei dank bist du tot weil jetzt hätte ich mir jetzt etwas angepieselt ja so ist das obwohl james jamie ich dachte das james ach jetzt wollte ich nachsehen ach egal mein herz jetzt geht's nicht gut jetzt nicht gut ja was doch alles kaum noch so einer jetzt bist du tot habe ich überhaupt gespeichert irgendwann einmal ne entdeckung jungs mädels rockland car tunnel und es brutzelt schon wieder hinten und vorne schlüssel liegt bekanntlich ist woher kriege ich den schlüssel wahrscheinlich liegt er wirklich irgendwo oder gott haben wir das auch entdeckt immerhin moment warum ist hier ein weg warum ist hier ein weg hier wer braucht den schlüssel Komm schon. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon. Komm schon. Yes! Erfordert Schlüssel. Du mich auch, mein Freund. Bitte drehen Sie um. Oh no, was ist hier hinten? Aber wie komme ich denn wieder hoch? Hier muss niemand mehr hoch. Ich speichere mal ab. Ah, ich kann nicht drehen. Oh doch. Ha ha. Ha ha. Auf. Nein. Jetzt bin ich am Arsch. Wenn ich nicht gespeichert hätte, oder? Ja. Das wäre ja ganz schön fatal gewesen. Oh man. Da dachte ich. Einen kniffligen Trick. Shit. Ja, zum Spielplatz kann mich mal... Im Moment. Liegt hier irgendwo eine Rüstung rum? Eine geheime? Die noch nie... ...die jemand entdeckt hat? No. Was zum Henker? Ein Skorpion. Ich gehe aber hier oben entlang. Oh Gott. Ja, ich will hier an der Dings entlang gehen. Wie komme ich jetzt hier runter? Ohne... ...sämtliche Knochen. Okay. Datacarte. Ich bin genau am Rand. Tja, was für eine spannende Episode. In der absolut... ...nichts... ...Fuck. Gott. Shut up, Robohirn. Shut up. Dein Gehirn ist gleich... Das kostet mich an, dass du so well aushältst, mein Freund. Vielleicht glaubt ihr jetzt wirklich, wir sind Freunde, weil ich das gesagt habe. Und er wird nachlässig. Oder? Auch wahrscheinlich eher nicht. Ah. Ah. Ist die Rübe ab, mein Freund. Was stehst du auch hier am Rand? Auf dieser blöden Karte herum. Wo zum Henker? Karte, 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 Karte. Bitte trennen Sie um. Ah, okay. Was ist denn? Was ist denn? Was ist das? Das ist sexy. Kick it like Beckham. Nothing here. Nothing there. Diese Episode ist furchtbar aufregend. Ich weiß. Was angeschlagen? Von was denn? Von was denn? Ich fühle mich prächtigst. Ich fühle mich super. Oh, also mein Kopf. Deshalb habe ich diese Kopfschmerzen. Ist es, weil ich hier an den Ding berührt habe? Die unsichtbare Wand? So, ein Käse. So, und jetzt kann mir niemand mehr sagen, Quartum hätte es ganz am Rand gehen sollen. Ja, da wäre das und das gewesen. Vielleicht ist sogar das und das gewesen. Wahrscheinlich. Hätte nicht schon wieder so ein blöder. Okay. Ich will hier lang. Störe mich nicht. Ich sag's dir. Wer ist hier? Oh, nee. Nicht sowas. Okay. Komm mir etwas näher. Yes. Einstrich. Das kann doch nicht wahr sein. Gott sei Dank bin ich noch keinem... Na, wie heißen sie? Begegnet vielleicht doch und die erst an einem gewissen Level auf. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Todeskrall. Genau. Oh, nee. Ich hab keine Motivation für dich. Du interessierst mich ehrlich nicht. Wo bin ich? Sieh rüber. Zu diesem Punkt hier. Ja, steht ja auch hier. Verfolgst du mich? Hör auf, mich zu verfolgen. Verdammte Stalker. Hör auf. Geh zurück. Geh zurück nach Hause. Aha. Oh. Huh. Aha. Tod. Nicht gespeichert. Apropos nicht gespeichert. Hopp. Perfekt. Ähm. Alles in Ordnung. Okay. Wann war ich denn hier? Was ist hier? Na also. Genau hier muss ich hin. Habe ich zum Schluss noch entdeckt. Wahnsinn. In dieser Episode ist tatsächlich überhaupt gar nichts. Das brechen wir doch. Treppen wir doch ein. So bin ich. Oh mein Gott. Sierra. 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 Matrizio. Hallo Fremdling. Hi. Du hast nichts dagegen, dass ich plötzlich in deinem Haus bin? Ich sehe, wir zwei werden viel Spaß haben. Hier. Und deshalb sehen wir uns dann gleich wieder. Quantum. Sehen wir uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zusehen. Ja du. Sierra macht noch ein bisschen sauber. Lust auf meine Nuka-Cola-Tour? Ich verspreche, es dauert nicht lange. Alright. Tschüss, YouTube. Hast du aber auch meine Nuka-Touricamente? Yep. Hast du, etwa? Hast dube? Vielen Dank.